Schwarm Reaper, hier Einsatzleitung. Dies ist Ihre erste echte Aufgabe. Wir werden Sie also genau überwachen. Ihr Hauptmissionsziel ist es, den Industriekomplex Alchodum zu beschützen. Der Umriss der Raffinerie erscheint nun auf Ihrem Hart. Unser Klient hat schon zwei Raffinerien durch Angriffe des Schurkenstaats im Westen verloren. Wir haben handfeste Beweise, dass ein Großangriff auf den Alchodumkomplex bevorsteht. Aber dafür müssen die zuerst an uns vorbei. Unser Klient hat das zivile Personal aus dem Kampfgebiet evakuiert. Sie haben Feuerfreigabe. Angriff nach MS. Blue Reaper, hier Oracle. Ich bin der Airwax Support für diese Mission. Verstanden. Navigationspunkt Charlie erreicht. Industriekomplex in Sicht. Wozu wissen, dass jemand auf uns aufpasst, Oracle? Hier Casper. Der hässliche Typ an meinem linken Flügel ist Talon. Laut meinen Anzeigen fliegen Sie eine Kampfpatrouille Kurs 135 in Tannung 50 Meilen. Keine Gefahren in Ihrem Sektor. Erwarten Sie Befehle der Einsatzleitung. Jetzt trennen sich Ihre Flügelmänner den Saal verdienen, Crenshaw. Sie werden jede Hilfe brauchen. Sie können Ihnen befehlen, anzugreifen oder an Ihrem Eck zu bleiben, um sie zu decken. Waffe, Ziele verfehlt. Achtung Leute. Feindliche Bodentruppen nähern sich dem Alphodun-Komplex aus Richtung 1-8-0. Sie versuchen die Anlage einzukreisen und sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Roger, Einsatzleitung. Wir schalten Sie aus. Schwarm Reaper, Oracle hier. Feindliche Kampfhubschrauber nähern sich der Raffinerie. Sie unterstützen den Bodenangriff. Verstanden, Oracle. Greifen Sie die Helikant. Benutzen Sie die Trackman, um den strategischen Überweg über das Kampfgebiet zu behalten. Halten Sie die Gegner von der Raffinerie fern. Gerichter Treffer, Ziel neutralisiert. Ziel ist losweite. Das Wasser aufgeschaltet. Zeige saubere Trennung. Abit, er ist erledigt. Ziel erfassen. Hopsführer mit Abschluss. Abschluss. Schwarmführer, ich orte einen Schwarm-Irnkampf-Flugzeuge, die den Canyon verlassen und sich der Raffinerie schnell nähern. Diese Ziele haben Priorität. Die Jagdbomber haben Priorität. Die Sicherung ist meines Ernstes. Waffe aufgeschaltet. Mein Flugzeug abgeschlossen. Treffer bericht negativ. Erneut angreifen. Saubere Schutz. Ziele in Schussweite. Schwarmführer, feinklische Flugzeuge nähern sich schnell der Raffinerie. Feinklische Flugzeuge sind im Schuss weiter zur Raffinerie. Einmal nicht weniger. Zwei gesäuberten Einschwarm-Angreifer wurden zerstört. Gute Arbeit. Bravo-Solo-Schwarmführer, Sie haben das Umfeld der Raffinerie von Feinden gesäubert, aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Achtung, angreifende Flieger, Kurs 009. Feinden im Raffinerie unter Beschuss. Wipper, Vorsicht. Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit, die zur Raffinerie vorrückt. Ziele in Schussweite. Ziele in Schussweite. Da kommen noch mehr Feindhelikomter in Ihre Richtung. Reeper, Vorsicht. Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit, die zur Raffinerie vorrückt. Wipper, Vorsicht. Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit, die zur Raffinerie vorrückt. Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit, die zur Raffinerie vorrückt. Schwarmführer, ich orte einen Schwarm-Ihrdkampfflugzeuge, die den Canyon verlassen und sich der Raffinerie schlauern. Die Beziele haben Priorität. Die Jagdmutter haben Priorität, die sich umschlösen kann. Die Lister stört. Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit, die sich umschlösen kann. Schwarmführer, feindliche Flugzeuge nähern sich schnell der Raffinerie. Achtung, eine feindliche Bodeneinheit ist in Schuss weiter zur Raffinerie. Deine nicht so war, dasliere Feuer. Roger, Deckung auf sechs Uhr. Greif das Ziel an. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?